Power Spins! Na dann mal los! Yo, zwei Stück. Das ist schon mal. Okay, nur noch einer. Ja. Verschämt. Oh, das ist eine ordentliche Lade. Ah, nun auch mal hier. Drei. Schau ich dir nur langsam. Okay, läuft überhaupt nicht. Heftig. Aha, gräderlokkliggerät, krummer. Oh, 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 oh. Wir nehmen aber die 60 hier her und wir spielen ganz schnell was anderes, bevor der uns abzieht hier. Und wir schauen mal, ob wir hier eine schöne Runde Freispiele bekommen. Los, Feuer frei! Und streng nicht an, nur. So viele schöne Action Games warten da. Zwei, los! Die kommen, sind nur noch 30 Flocken. Okay, nichts hat er für uns übrig. Misthaken! Und meine Wunderlappen! Tschüss Wunderland! Oh, zehn kommen weg! Die Wunderland! Schuss wird hier! Die Wunderland, der Sie alternativen воды. Zwei, die, die, die. Statt nehmen uns, bis zum Verstopfen! Wie viele, die Statteln! Die Statteln! Zwei, die, die für die Bordelung. Es sind die Wunderstand! Das ist die Wunderland, die Sie aber auch gewen. so eine lampe macht schauen will er nicht dann bleibt es bei 62 Flocken und heute drehen wir mal hier ein paar Runden ein Klassiker und Frostick los da put 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 na du Lohn hätten wir schon genommen komm 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 welche brüller ist aber nicht hier ich sage ja nichts Schöne Glocken Ich glaube den großen Jackpot haut er nicht raus, wir wechseln So dann mal ne Runde Lost Temple Mal schauen was der macht Aha Sehen dazu Na komm, ihr paar Talachins Junge, 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 Junge Das war ja wieder eine armselige Veranstaltung 2640 Und hier kommt mal ein K rein bei Doppelbuch Ohne Doppel diesmal, jawoll Sehr schön So 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 und die nummer zehn noch mal drillinge so dann lassen wir doch heute mal hier eine runde los komm ich pro paar taler jetzt lasst mal drüber wachsen da nicht oh kaputt das ding nachgallen und und Oh, das ist eine Geopatverring. Möchte ich jetzt gehen so ein verpufftes Ding und das Wart? Tatsache. Nichts. Misthaufen. Und es wurde sich mal gewünscht eine Runde Sizzling Schrott feuerfrei. Das ist doch ein Pfeil für die Karte. Verdoppelt. Ok. Nicht schlecht. Nehmen wir auch mit. 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 Und das läuft hier wie ein Uhrwerk. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch ein Stückchen. noch da reicht die Muld schon wieder hier, wa? oh, Zitronen gibt's noch, auch nett, schön, nehmen wir auch da da wenn da 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 3 zitronen so ich würde sagen spielwechsel so und dann drehen wir mal hier ein bisschen mal gucken ob wir sterne kreieren 2 fehlen 4 euro süß 4 euro süß 4 euro 4 euro Mein Gott ey, dann kannst du auch schon mal wieder anschrecken. Ah, das ist ja, das ist ja.